Ich grüße dich, schön dass du eingeschalten hast. Ja, ich bin jetzt derzeit nicht dazugekommen, weitere Folgen zu drehen. Das mag vielleicht an meinem Zeitmanagement liegen, aber das was nicht gemacht wird, hole ich natürlich nach. Auch wenn das jetzt eine Woche her sein wird und so. Ich freue mich auf jeden Fall, euch wieder zu sehen, begrüßen zu dürfen. Und ja, falls ich nicht dazukomme Videos zu drehen, dann verzeiht es mir. Und ja, man kann ruhig den Daumen nach oben halten und sich freuen, dass ich kürzere Videos wieder mache oder auch längere. Und es gilt ja natürlich, passt gut auf euch auf, weil das Hochwasser hat euch Zeit, Leben und Geld gekostet. Und in dem Sinne verabschiede ich mich, sage danke und bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao! Und jetzt geht's nochmal.